Mit Geschwindigkeit kennt sich Maximilian Holst aus. Der Torjäger der HSG Wetzlar fährt wegen seiner schweren Knieverletzung mehrmals wöchentlich über 300 Kilometer zur Reha nach Köln. Dabei unterstützen wir als Goldpartner der HSG Wetzlar Max Holst bei seinem Kampf zurück auf die Platte. Hier in der Reha tue ich meinem Körper was Gutes, aber wenn es um mein Auto geht, dann vertraue ich auf Revitec.